2024 steht vor der Tür und ich möchte heute mit dir schon mal einen kleinen Einblick hineinwagen und zwar in diese positiven Aspekte, die auf uns zukommen. Ich habe mal so ein bisschen geschaut, es sind so viele gruselige Nachrichten für 2024 im Umlauf und ich habe mich gefragt, wo kommen die alle her? Es wird gar nicht so heiß gegessen werden, wie es gekocht wird und es erwartet uns so viel Schönes und ich gehe bestimmt noch mal etwas tiefer drauf ein, aber heute habe ich mir gedacht, so ein paar gute Vibes und ein paar positive Dinge, auf die wir uns freuen können, wären doch bestimmt optimal, oder? Wenn dich das interessiert, bleib auf jeden Fall bis zum Ende dran. Herzlich willkommen zu deinem Lebe-Glücklich-Podcast. Mein Name ist Linda Giese, ich bin Unternehmerin seit 2002 und zwar im Bereich Coaching und Ausbildung. Ich bin die Gründerin der einzigartigen Seinspotenzial-Methode und Herausgeberin dieses Lebe-Glücklich-Podcasts. 2024, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe mich schon vor der Mikrobenkrise auf dieses Jahr gefreut. Ich wusste, 23 wird schon besser und ich wusste, 24 wird es deutlich besser und jetzt sind wir so weit. Ich habe zwischendurch gedacht, meine Güte, wie wird es werden, wenn wir endlich da ankommen und schaffen wir das überhaupt alle? Weil ich wusste vorher schon, bevor die Mikrobenkrise reinkam, wie einige andere es natürlich auch schon wussten, dass es herausfordernd werden wird und dass es sehr dunkel werden wird. Aber ich wusste eben so, 23 wird es wieder hell und 24 wird es noch heller und wir sind natürlich auf dem aufsteigenden Ast in Richtung Helligkeit unterwegs. Ich kriege es natürlich immer wieder mit. Es sind einige Menschen, die schreiben mir unter meinen Videos und unter meinen Podcasts einen Senf. Da erkennt man, es gibt Menschen, ja, die sehen das Positive nicht. Ja, das ist so. Es gibt also immer noch Menschen, die vergessen, die dunkle Brille abzuziehen. Aber wenn du sagst, oh yo, ich habe ja ganz vergessen, die Brille abzuziehen, ich könnte das ja mal von einer ganz anderen Seite betrachten, dann ist diese Podcast-Folge hier für dich genau die richtige, denn wir steuern auf gute Zeiten zu. Es wird herausfordernd. Ja, ich sage es direkt vorweg. Es sind bestimmt auch einige wilde Bojen und Wellen, ne Bojen sagt man nicht, Böen, Böen und Wellen zu sehen. Aber die eppen auch wieder ab und das ist das Spannende. Du kannst dich also wirklich auf Expansion freuen, du kannst dich auf gute Entwicklung freuen, auf tolle Ideen freuen. Vor allem kannst du dich darauf freuen, dass du so richtig in deine Power kommst und endlich spürst, jetzt ist es soweit, das Tor geht auf und ich kann meiner Sinnerfüllung endlich mit großen Schritten folgen. Und das wird super, super spannend. Sortieren wir uns da mal ein bisschen. Also wir haben nächstes Jahr ein Sonnenjahr. Das ist schon mal sehr, sehr schön. Und die Kraft der Expansion und der Wärme und der Fülle und übrigens auch des Wohlstandes wird uns erreichen. Und du hast wirklich wunderbare Chancen im Jahr 2024, deine Finanzen optimal zu ordnen und zu spüren für dich, dass du Ideen, Möglichkeiten etc. ergreifen kannst, wirklich sogar für deinen wirtschaftlichen Wohlstand positiv zu sorgen. Wie immer gibt es auch die andere Seite der Medaille, die Kehrseite-Medaille, also der Medaille. Ich glaube, das haben wir aber alle schon begriffen. Also wer jetzt komplett immer auf die Regierung setzt, wer sich komplett auf das Thema Versorgung und Sicherheit ausrichtet, der kann natürlich totale Schifflandung, Bruchlandung erleiden, weil diese starren Strukturen, die werden schon aufbrechen. Und ich glaube, dass im Jahr 2024 ganz besonders im Finanzmarkt einiges an turbulenter Bewegung reinkommt, aber eben auch einiges an Chancen, ja. Und ich sehe das nicht so dramatisch, was da finanziell passieren wird. Wenn wir uns von diesen Schreckensnachrichten lösen, wird das gar nicht so dramatisch für uns, sondern konzentriere dich eher auf moderne, optimistische und positive Information in Sachen Finanzen und Geld, wenn dich das interessiert, ja. Und schau, dass du dich vielleicht auch an dieser Stelle neu orientierst, ja. Immer mit dem absoluten Fokus der Eigenverantwortung, ja, ganz, ganz wichtig. Das heißt, nicht alles auf eine Karte setzen, nur weil irgendein Guru dir irgendwas erzählt, sondern bleib schön auch bei dir, sprich vielleicht auch mit Experten deines Vertrauens und sicher dich da ab. Aber sei eben flexibel, sei offen für neue Chancen und Möglichkeiten. So, der nächste Aspekt, der auch sehr spannend werden wird, ist der Bereich Liebe und Partnerschaft. Also wer da affin ist, ja, und irgendwie sagt, wow, da könnte ich was, könnte ich gute Nachrichten gebrauchen. Das Jahr 2024 wird mit Sicherheit so einige Wegstrecken beinhalten, die sehr leidenschaftlich sind, ja. Und Leidenschaft, Kreativität, ja, Hochstimmung, ja, wird immer wieder sehr, sehr dominant möglich sein und uns das Jahr 2024 ordentlich versüßen können, ja. Der Fokus allerdings, der Fokus im Jahr 2024, und das ist so mein Favourite, ja, der liegt ganz klar auf persönlicher und beruflicher Weiterentwicklung. Und diese persönliche und berufliche Weiterentwicklung geht hier sogar bei den meisten, oder bei sehr, sehr vielen, sagen wir es mal so rum, Hand in Hand, ja, wo wirklich Menschen, die auf einmal für sich so klar kriegen, dass sie eine sinnerfülltere Tätigkeit ausüben möchten, dass sie sich weiterentwickeln wollen, ja. Und deswegen wird das ganz besonders so den Ausbildungsmarkt, wo wir uns eigenständig hin orientieren, ja, sehr, sehr, sehr fördern. Besonders der Bereich Coaching wird einen großen Zustrom erfahren und deswegen sage ich das, mich freut das natürlich sehr, weil ich liebe es, Menschen in diesen Bereichen auszubilden. Und ich selbst auch genieße und gönne mir jedes Jahr ein bis zwei wundervolle, knackige Weiterbildungen, weil ich liebe den Bereich der persönlichen Weiterentwicklung, weil, weißt du, ich bin einfach irgendwann, ist mir bewusst geworden, dass ich ein Mensch bin, der von seiner Ursprünglichkeit her nach einem sehr, sehr tiefen Sinn im Leben sucht. Und dort bin ich so ein richtiger Forscher, das muss ich einfach schon sagen. Und mir ist so klar geworden, ich habe schon als Kind, ja, als ganz junges Mädchen habe ich nachts, wenn ich nicht schlafen konnte, habe ich das Fenster aufgemacht, draußen war alles dunkel. Und ich bin dann oben am Dach, ich habe in so einer Dachschräge gewohnt, mein Kinderzimmer, bei so einer Dachschräge bin ich oben aufs Dach geklettert, habe die Beine draußen baumeln lassen und habe auf der Fensterbank gesessen und habe Dialoge geführt mit dem Sternenhimmel, mit dem lieben Gott, kann man sagen, also mit einer Wesenheit, die, ja, unsichtbar war, machen wir es mal so. Und ich weiß noch, und da kann ich mich sehr, sehr gut dran erinnern, dass ich das immer sehr aufregend fand, weil es war so ein ganz tiefer Schmerz in meiner Brust, wenn ich das tat, wie so eine Sehnsucht. Und es war wirklich, das war so gepaart mit so einer tiefen Traurigkeit, mit einer großen Sehnsucht und gleichzeitig aber das Gefühl, meine Fragen bekommen Antworten, ja. Und also das Thema Sinn und das Leben und das Universum verstehen zu wollen, das war schon als ganz kleines Mädchen bei mir sehr, sehr aktiv. Und somit wundert mich das überhaupt gar nicht, dass ich im Erwachsenenbereich auch natürlich total gerne in der Sinnsuche, in der Sinnerfüllung, in der Sinnfindung, ja, irgendwann natürlich gelandet bin. Und gerade der Bereich Coaching, wir wissen das von der Zukunftsforschung, die wirklich ganz klar sagen, der Bereich Coaching, das wird der wachsende Markt sein, ja, im, vor allem auch deutschsprachigen Raum. Und da wird sich bei uns sehr, sehr viel verändern, Deutschland, Österreich, Schweiz, ja, wo das Thema Coaching immer etablierter sein wird. Und, du, es gibt so viele Coachings, ja, es gibt Stimmcoaching, Vocalcoaching, ja, es gibt Hundecoaching, Pferdecoaching, ja. Es gibt so viele Möglichkeiten, wo Menschen eine Chance ergreifen werden, ein Coaching anzubieten, ja. Und, naja, das führt jetzt in Zukunftsforschung, kannst du dich, kannst du dich selbst mal informieren, brauchst du einfach nur eingeben, da wirst du all deine Informationen bekommen. Aber was ich sehr schön finde, ist eben, dass der Trend nicht nur von den Zukunftsforschern definiert wird, sondern, dass eben die innere Hinwendung sehr, sehr stark in die Umsetzung jetzt kommt. Ja, viele sind 23, 22 sogar schon sehr stark mit diesem Thema in Berührung gekommen, sich selbstständig machen zu wollen, endlich ihren Traum, das eigene Coaching- oder Beraterbusiness oder spirituelles Beratungsbusiness, Heilungsbusiness nach vorne zu bringen, endlich umzusetzen. 23 haben wir da schon gespürt, das nimmt ordentlich Wind auf und 24 wird es richtig schön Fahrt aufnehmen. Viele werden in die Umsetzung gehen, viele werden dadurch eben auch sich selbst befreien und werden das Gefühl endlich umsetzen, tief in sich selbst aufräumen zu wollen, die Methoden lernen zu wollen und eben auch andere Menschen dabei unterstützen zu wollen. Deswegen ist die persönliche Weiterentwicklung, steht ganz oben an 2024, eng gekoppelt an die berufliche Weiterentwicklung. Und viele Menschen, die einen tieferen Sinn suchen, werden das jetzt einfach umsetzen und sie werden sich nicht mehr aufhalten lassen von der Meinung anderer, sie werden sich nicht mehr aufhalten lassen von ihren eigenen Bedenken oder Unsicherheiten, sondern 2024 wird es so ein, es wird schon ein herausforderndes Jahr sein, aber weil es mit so viel Glücksenergie und Kreativitätsenergie gepaart ist, eine hohe entfachte Leidenschaft auch in sich trägt, werden viele in die Umsetzung gehen. Und das ist sehr, sehr schön, also für all diejenigen, die sagen, oh, Linda, ich liebäugel schon länger mit Veränderung, machen wir es mal ganz einfach, das kommende Jahr wird das Jahr sein, wo du wahrscheinlich Nägel mit Köpfen machst oder zumindest gute Chancen hast, ja, und dich auch letztendlich selbst motivieren kannst dazu, vielleicht da einfach auch mal eine extra Meile zu gehen, um deine Träume zu realisieren. Die Schockstarre, die wir vielleicht auch noch in 2023 gespürt haben, löst sich immer mehr auf. Vielleicht auch deswegen, weil wir immer mehr dazu übergehen, diese ganzen Nachrichten, egal aus welchen Kanälen, die mit Schreckensbotschaften oder mit warnenden Botschaften einhergehen, dass wir die immer mehr hinter uns lassen. Viele spüren, okay, eine ganze Menge von dem, was da immer propagandiert wurde, ist überhaupt gar nicht eingetroffen, ist gar nicht wahr geworden. Andere Dinge sind erschreckenderweise sehr wohl offensichtlich, ja, aber wir spüren irgendwie, es bringt nichts, an diesen Nachrichten kleben zu bleiben, sondern jetzt, was so schön ist, was aus uns selbst herauskommt, ist, dass wir spüren, mein Gott, wenn ich etwas verändern möchte, wenn ich etwas anders haben möchte in meinem Leben, dann setze ich es bitte selber um. Und das wird eben viele motivieren, ja, das Sonnenjahr und das, was mit so viel Glücksenergie einhergeht, für sich selbst ganz persönlich zu nutzen. Und ich glaube, für die Menschen ist auch diese positive Botschaft für 2024 ganz besonders relevant. Für diejenigen, die noch am Zweifeln sind, kann ich dem positiven Vertrauen, kann ich wirklich den negativen Nachrichten den Rücken kehren, kann diese Podcast-Folge eine Inspiration darstellen, es einfach mal zu versuchen und damit eben diese Glückswelle mitzunehmen. Und für alle Schwarzseher ist diese Podcast-Folge offensichtlich nicht die richtige Veranstaltung für euch, ja. Und das ist okay, ihr könnt mit eurer Zeit natürlich was viel Besseres anfangen, als sie hier in diesen Podcast zu investieren. Und das ist in Ordnung so. Jeder darf für sich bestimmen, wie er sein Leben gestaltet. Und wir wissen mittlerweile mehr als genau, dass, wie wir die Welt sehen, liegt an unserem eigenen Filter, ja. Das heißt, wir sehen die Welt durch unseren eigenen Filter, durch unsere eigene Brille. Und, ja, und du entscheidest, welche Brille du für das Jahr 2024 aufsetzen möchtest. Ich habe mich entschieden, die sonnige, die rosane, die aktive Brille aufzusetzen und die Chancen, die ganz besonders für Umsetzung, für Verwirklichung von Träumen, Wachstumszielen, ja, wird auch für alle Unternehmerinnen, Unternehmer und Selbstständige interessant sein, also diese Energie zu nutzen, eben auch für Wachstumsenergie, für neue Projekte, für Realisierung von Visionen, ja. Und du kannst mir ja mal in diese Kommentare hier schreiben, wofür du dich entscheiden wirst in 2024. Ist es der Mittelweg, ist es der optimistische Weg, ist es der pessimistische Weg? Würde mich sehr interessieren und folge mir sehr gerne, wenn du magst, auch auf Instagram. Dort gibt es immer zentrierte, konkrete Tipps für dich, für deine Weiterentwicklung. Von Herzen? Ah, no, von Herzen das Allerschönste für dich wollte ich sagen. Na, das wünsche ich dir auf jeden Fall. Aber ich möchte noch was ganz anderes loswerden. Wir veranstalten ja ganz zu Anfang im neuen Jahr unsere Live-Show, unsere Science Potential Live-Show. Und wenn du dabei sein möchtest, melde dich doch am besten jetzt schon an und reserviere dir deinen Platz. Den Link findest du im Podcast hier im Text zu diesem Video. So, jetzt aber von Herzen das Allerschönste für dich. Und ja, wir hören uns auf jeden Fall vor Weihnachten nochmal. Ich glaube, dann wünsche ich dir schöne Weihnachten. Vorher lohnt sich das noch nicht so richtig. Ich habe also eine schöne Vorweihnachtszeit in Liebe. Deine Schwester im Geiste, deine Linda. Und ja, wir hören uns auf jeden Fall.